Seine Hoheit weiter in Bedrängnis. Prinz Andrew, Sohn der Queen, ist nach längerer Verzögerung eine Zivilklageschrift zugestellt worden. Der britische Adelige wird in den USA von einer Frau verklagt, die ihm sexuelle Übergriffe vorwirft. Virginia Gouffray, heute 38, behauptet, dass der verstorbene und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ihr Andrew im Jahr 2001 vorgestellt habe. Anschließend soll der Prinz die damals 17-Jährige in dem Haus von Epsteins damaliger Freundin in London und in den USA missbraucht und misshandelt haben. Epstein selbst hatte sich im Jahr 2019 in Haft das Leben genommen. In einer Eingabe an das US-Bezirksgericht in Manhattan erklärten die Anwälte der Frau, sie hätten die Zivilklage per E-Mail und per Kurier an den in Los Angeles ansässigen Anwalt des Prinzen geschickt. Beide Kopien seien bis Montagmorgen eingegangen. Nach den bundesstaatlichen Vorschriften hat der Duke of York 21 Tage Zeit, um zu antworten, andernfalls droht ein versäumendes Urteil. Die gegnerischen Anwälte hatten zuvor angegeben, die Klageschrift auch in Großbritannien zugestellt zu haben. Andrews Anwalt in den USA war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Der Prinz und seine Rechtsberater hatten die Vorwürfe aber stets zurückgewiesen. Von die Schläge von der Kaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkameraderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderkaderk